Der allerbeste Shinobi wird eins mit den Schatten? Niemand muss etwas von uns wissen. Aber wir sind diejenigen, die dieses Land beschützen. Wenn irgendjemand dich daran hindert, nach deinen Überzeugungen zu handeln, musst du ihn töten. Ich bitte dich, töte mich nicht! Es gibt wohl eine neue Bedrohung für die Shinobi. Ich möchte, dass ihr wieder zur Verfügung steht. Wir sind jetzt eine ganz normale Familie. Und ist deine Familie auch mit dieser Normalität zufrieden? Zum Wohl deiner Familie ist die Zeit gekommen, wieder ein Shinobi zu sein. Ich habe nicht vor, sich je wieder dieser Gefahr auszusetzen. Ich glaube, dass hinter all den ungelösten Fällen in diesem Land irgendeine Art Organisation steckt. Du weißt sicher von dem Vorfall auf dem Schiff. Oder etwa nicht? Es scheint, wurde ein neuartiges Gift benutzt. Es gibt jemanden, der den Einsatz plant. Die Fuma sind zurückgekehrt. Wenn unsere Kräfte vereint sind, will ich die verkommene Regierung ersetzen, die dieses Land in die Irre führt. Sie sind sogar bei der Polizei. Sie wissen über mich Bescheid. Und über meine Familie. Ihr zwei seid wahre Shinobi. Und wenn es so weit ist, müsst ihr euch entscheiden. Wir sind normal. 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 Wir sind normal.